Gut, es war hart, aber schön. Es geht halt nur bergauf und bergab und verlangt einiges ab, aber mit einem guten Guide und guter Gruppe war es eigentlich gut zu bewältigen. Was waren so deine Highlights, deine persönlichen auf der Strecke? Die viele Höhenmeter, besonders der eine Anstieg, ich weiß nicht wie der heißt, wo das ständig zwischen 14 und 19 Prozent hochgeht. Die Gruppe war einfach toll, die Begleitfahrzeuge, es hat alles super funktioniert. Und ja, Natur gucken war nicht viel leider, es war ziemlich bewirkt, aber trotzdem haben wir den See da unten gesehen, ich weiß nicht wie der heißt, war wunderschön. Allgemein ist super Natur hier und tolle Strecke. Super. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr beim richtigen Istra 300 auch wieder. Also ich nehme meinen Startplatz mit, habe ich es mir vorgenommen. Habe sogar gestern Klamotten noch gekauft, wollte ich starten, aber das hätte ich waschen müssen. Und ich bin dabei. Super, freu mich. Danke. Gerne.